Hallo und herzlich willkommen bei JugendTV. Chemtrails also doch. Nun hat die Bundesregierung also doch offiziell zugegeben, dass systematische Sprühflüge schon seit etwa 20 Jahren über Westeuropa stattfinden. Dies wurde bisher vom Deutschen Wetterdienst, dem Bundesumweltamt oder auch der Umweltschutzorganisation Greenpeace konsequent geleugnet. Das zuvor so verheimlichte Verfahren wird nun offiziell als Climate Engineering verkauft und als unschädliches Mittel gegen die Klimaveränderung angepriesen. Man wolle durch Einbringen von Feinstäuben in die Atmosphäre eine künstliche Wolkenbildung erzwingen und die Sonneneinstrahlung somit reduzieren, um angeblich die Erderwärmung zu bremsen. Jetzt sehen wir mal eins und eins zusammen. Da werden also seit Jahren irgendwelche Chemikalien in die Atmosphäre gesprit. Zuerst wird dies alles geleugnet. Jetzt soll es angeblich gegen die Klimaveränderung gut sein. Schlussendlich sollen es Schwermetallsalze aus Barium und Strontium sein, die hier angeblich zum Einsatz kommen. Doch welche ökologischen Konsequenzen hat dies für uns und unsere Gesundheit? Sind die künstlichen Veränderungen, die wir hier alle so treiben, nicht die eigentliche Verursacher für Dürrekatastrophen einerseits und Überschwemmungen in aller Welt andererseits? Schlussendlich. 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 Schlussendlich.